Moin liebe Leute, heute geht es zwar nicht um strahlender Diamant, leuchtende Perle oder Legenden Arkeus, sondern um einen Pokémon Store bzw. einen Laden, wo es ausschließlich nur um Pokémon geht und zwar in Berlin. Ja, es gab den jetzt schon mal testweise von August bis Oktober 2021 jetzt tatsächlich und da das sehr gut ankam, haben sie sich dafür entschieden, dass dieser Laden jetzt tatsächlich dann dauerhaft dort sein wird. Die Verkaufsfläche sind ungefähr 40 Quadratmeter, also man sieht jetzt hier auch so auf den Bildern so ein bisschen allzu riesig ist der jetzt ja nicht, aber wie geil ist das denn schon, damit gehe ich von aus. Ist das so der erste Grundstein für die ersten oder für den ersten Pokémon Store tatsächlich in Deutschland dann. Ich hoffe, dass sie sich dann erweitern können. Guckt euch das mal an, wie geil hier mega viele Tassen, die ganzen Boxen hier, Celebration Packs sogar noch. Oh, silbernes Pikachu. Oh, habe ich noch nicht. Ganz viele Koshitirionen, die ganzen Spiele, wie ihr sie seht, hier die ganzen Hefte oder Ordner. Das Labyrinth habe ich tatsächlich hier bei mir auch stehen. Aber mega geil. Zieht euch das mal rein, ey. Das ist so geil. Also ich freue mich schon mega drauf. Ich habe meiner Frau schon gesagt, Schatzi, paar Subto, da müssen wir unbedingt jetzt mal hin. Also guckt euch das mal an. Hier ganz viele Boxen, Tins etc. Decks sind das hier jetzt, glaube ich, auch noch. Also das ist mega geil. Also ich freue mich mega darüber. Hier Top Trainer Boxen sogar. Hier Celebration Speck, das große noch. Also mega geil. Ich freue mich hart darüber, dass das jetzt tatsächlich kommt. Ich habe jetzt auch mehrere Seiten hier nochmal angeguckt. Die haben eigentlich grundsätzlich dieselben Bilder jetzt, natürlich. Und es ist wirklich mega geil. Also ich freue mich sehr, dass es da jetzt in Berlin dann ein dauerhaftes, ich sage mal in Anführungsstrichen Pokémon Center geben wird. Und hier sind auch nochmal ein paar Texte nochmal oder beziehungsweise paar Aussagen nochmal hier notiert und nochmal in Dickfett hingeschrieben. Das ist jetzt im KDW dauerhafter. Das ist so geil. Hier, dauerhaft, dauerhaft. Also ganz ehrlich, wer noch nicht in so einem Laden war, unbedingt mal hin. Da gibt es wirklich alles. Natürlich, es ist noch nicht riesig mit 40 Quadratmetern. Ist jetzt kein Riesenteil, aber mega geil, dass dauerhaft da ist. Ich hoffe einfach, dass es demnächst dann anfängt, dass es in mehrere deutsche Großstädte gehen tatsächlich. Und vielleicht von mir aus auch in kleinere auch noch. Von mir aus könntest du gerne nach Hannover kommen. Habe ich dann kaum noch einen weiten Weg. Also das wäre mega geil. Für mich auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, schreibt mir dazu, wie ihr das findet, dass wir jetzt so einen dauerhaften Pokémon-Laden, Pokémon Store, Center, wie man es nennen mag jetzt, haben dann in Berlin. Ich hoffe, es ist jetzt nur der Anfang und wir werden noch viel, viel mehr kriegen als jetzt nur die oder als nur den Laden. So, weil das wäre so geil. Zieht euch das mal rein. Kann man das angucken? Nein, muss ich doch hier wieder hingehen. Weil alleine hier die ganze Riesenwand nur mit den ganzen Startup-Pokémon. Das sieht doch mal mega geil aus. Oder dieses Riesen-Pikachu. Wie gern ich das haben würde. Mega geil. Es ist schon echt geil. Ich freue mich mega drauf. Ich muss da unbedingt hin. Also mal schauen, wenn ich dann da war, werde ich darüber berichten, wie es ist oder wie es war. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Denkt an das Abo, dass ihr keine Videos mehr verpasst, weil es hierzu jetzt nochmal Neuigkeiten gibt, ob wir noch größere Pokémon Stores oder irgendwas in anderen Städten kriegen, werde ich versuchen oder sobald ich es mitkriege, werde ich euch darüber informieren. Von daher, bis dahin würde ich sagen. Und geht schön einkaufen.